So hast du auch nen Start Ich sag nur letztes mal Oh oh, ich glaub da kommt ein Hello Kitty Also ein Komet, ne? Mhm Die Nachricht hatten wir schon wieder das letzte Mal Haha, gut dass ich nen Dings hab Ja, diesmal kam keiner Diesmal kam der aber bei mir Die Nachricht Ja, die kommt komplett auf den ganzen Server dann Ich fand das nicht so lustig Die sieht jeder Aber das heißt dann Ich glaub der Weil du bist ja so nah am Glück Jetzt funktioniert's Beim Start ging dran Ja, bin ich auch Ja, bin ich auch Deswegen, der soweit auch noch reicht der Schutz Ich bau mir später irgendwann ein neues Haus So voll Chili, dass der soweit reicht Ach ja Chili Vanili Du bist außen mit Vanili, Alter Chili Vanili Chicky Chicky Chack So, wir hoffen, dass jetzt Johnny gleich sein Sein Strom abkapselt mit Lava Hab ich schon längst Gut Hab ich nicht, mach ich auch nicht Ja Was hast du Ja, toll Alter Faggert, alter Glaube nicht Was? Ah, die haben wir fest, die haben wir fest Was? Hat jemand irgendwie Cleanstone oder diese komischen Bricks? Zone Bricks? Ja Davon hab ich genug Und die brauch ich selber Verdammt Ich wollt mir jetzt so ne Erntemaschine bauen Waaat? Ach wohl Ey Johnny hat auch Juju Meta Geh weg Johnny Aber ich brauch ein bisschen mehr Ich hab nur 14.000 Ja, dann komm ich mal zu dir Johnny Ne, wie viel brauchst du denn von den Storm Bricks? Oh, ich glaub so 20.30 Stacks Ach, ich hab halt die Kisten voll Ah komm Vor der Arbeit hab ich das nochmal angestellt Johnny, ich mobs ihm mal bei dir was, ne? Ähm 2 4 6 Nein Es geht mit Juju Meta schneller Alles gut Ich hab 13 Kisten voll Es geht mit Juju Meta schneller Aber es geht mit Juju Meta schneller Alter Weißt du was bescheuert ist? Ja Es triggert hier bei dir noch Was du nicht bescheuert bist Oh, ich hab grad Holz eingesammelt Kann sein, dass mein MFSU und mein ME jetzt abkackt Abkackt? Achso, hast du ne Ultimate abgebaut? Äh, ich hab meinen Power Oh, boah, jetzt würde ich das alles über MFSU gelaufen Also ich hätte jetzt grad ne Ultimate Hybrid Solar Panel im Inventar Die hab ich aber wieder reingetan Mhm Aua Hättest du verhalten können Weg von meinem Ultimate Hybrid Solar Panel Ich hab aber nur 3 Stück schon Einfach nichts sagen, dann hättest du es verhalten können Nein Ich bin nicht so einer Ich hab ja selber eins Ich hab eins Ich hab eins Nein Willst du mal in den Inventar gucken? Willst du mich töten? Soll ich, ne Ich hab keins, aber ich übertreib ja auch nicht mal so wie ihr Kann ich doch jetzt, Jun Ich brauch das Kann ich auch nicht Haben wir gern Na gut, ich hab's ja auch Weil ich's brauch Boah, ich hab so gefordert Oh, geh ich nach Centos rein? Nein Alter, was machst du hier? Nein Kannst du das bitte sagen? Was denn? Was machst du hier? Achso Okay Wo denn? Okay, der Centos hier wieder Der Verrückte Hä, was machst du? Hä, was machst du? Bist du denn? Hier Achda Ich brauch die Achso Guck doch hier Jo Ist ein Duckschen Fönes Hauptsache ein Duckschen Fönes Hier bin ich Wo? Achda Hier Jo, du Frodo Ich zieh doch grad Was musst du? Achso Das wird recht groß Alter Wie mit dem Turm zusammen? Kann der das auch? Hä? Oder musst du den Turm einzeln ziehen? Äh, er kann das hier Er kann das hier Er kann das andere Ding Ja, aber kann er auch diese einzelnen Punkte hier machen? Ja Achso Na gut Deswegen saß ich doch, ich glaub, vier, fünf Stunden dran Ja, wo wir da ein bisschen rumgequatscht haben Wo wir sowieso in AFK waren Ja, ja Aber trotzdem hab ich's hingekriegt Lief ja Ja, genau Mit dem schönen Muster in der Mitte Mhm Achso, ich bin immer Ich bin immer Alter, wer hat hier Pfeile durchs Portal geschossen? Kann nur Centos gewesen sein aus seiner Richtung Ja, läuft wieder alles Nö? Nö Nein So, jetzt bin ich komplett auf Solar in den Kiechern Ich bin den Skelettendeon hat's gekillt Johnny, das find ich sehr schön, dass du jetzt auf Solar bist Ich bin jetzt ein Öko Grüner geworden Nein Nein, das ist irgendwann, wenn's abkackt, dann ist das nachher blöd Alle klar Das ist doch nur von Anfang ist das okay Ja, von Anfang, aber ich guck's vorher Erstes Mal, na gut, erstes Mal verstehe ich, da haben wir Strom hoch Zweites Mal, okay, kann ich auch noch nachvollziehen Verdammt Nochmal versetzen? Du konntest gar nix nachvollziehen Nein Auf zu lügen Knete mal ne Portalgun mit, damit er da mehr gleich hinterherkommen kann Ich geh jetzt noch so Ja Achso, ich hab ja noch ne Ähm Johnny, welcher hattest du, welche Portalgun hattest du noch, bzw. welche Portale? Ich hab einmal die Peabody's Portalgun und einmal die normale, die Phone-Portal Wir müssen die unbedingt noch alle umcraften, dass jeder nur die anderen beiden hat Weil ich hab letztes Mal, glaube ich, eine gefunden, die zu deinen passen Und die normalen sind ja nicht protected Ich benutze das eh nicht so Ähm, Johnny? Ja? Bei dir in der Nähe ist ja dieser Dschungel, ne? Äh, was für ein Dschungel? Ein normaler Dschungel Keine Ahnung Also wenn du in meine Richtung kommst, so ungefähr Weiß ich nicht Und wenn das wirklich noch stimmt, dann sollte da ein Ender-Partei sein Ja, ich guck grad Also ich muss Richtung der Osten fliegen Warum sollte dein Ender-Partei sein? Ich bin nicht schon unterwegs Ne, nicht Richtung Osten Achso Doch, das sagen mir die Ender-Augen Ja, oder so Na, aber da müsste das, sollte das eigentlich noch sein? Ich war schon mal auf der Suche Die Fänder-Augen rollt am Ende 8 Uhr oder so, ne? Oder 9 Ne? Äh, 12 Ich hab 3,24 Alle gefunden in dem Tower Ich hab gestern irgendwie 10 Tower gemacht, also Okay Ja, und kannst doch sowieso mach doch einfach mit Isen und Minimstone, ein Enderpearl und macht da dieses komische, was brauchst du, einen Routenstaub drauf, ne? Ich hab die nur so gefunden, also ich hab das nicht nachgesucht. Jaja, er hat gescheatet. So, meinetwegen müssen wir nicht schlafen gehen. Meinetwegen müssen wir nicht schlafen gehen. Können wir jetzt auch gar nicht. Ich bin grad eh unterwegs. Okay. War ich nicht. Das kann nur du gewesen sein. Boah, Alter, Tag 5341. Ja, obwohl das Server ja immer läuft, ne? Sind die auch vollständig. Also so können wir ja immer wenigstens rauf. Immer was machen. Ja, ich muss genau Richtung Osten. Auch übertreiben. Warum übertreiben? Wir übertreiben gar nicht. Wer übertreibt denn von uns? Gar keiner. Johnny. Ach, soll ich mal übertreiben? Ich kann da Geld auf 50, 60 Stück dranhängen. Aber dann, glaub ich, dann leckt's bei, sogar bei mir irgendwann mal. Was erstaunlich. Ich wollte eigentlich... Komm, pass auf. Ich wollte... Ja? Was wolltest du? Ich wollte eigentlich ein System mit diesen komischen Pipes bauen. Logistikpipes. Mhm. Aber das schlägt. Hab ich zum Singleplayer ausprobiert. Cool. Okay. Okay, ich hab sie, glaub ich, gefunden. Und eine Nähe vom Dschungel? Nee. Nee. Ist ja noch nicht mehr. Dann kann auch sein, dass sich die Position wieder geändert hat. Ja, jetzt ist da mal ein Portal hin und wir setzen uns alle in deinem Waypoint hin. Ja, ich guck grad. Ja, das ist hier. Hier ist in so einem Sumpfgebiet. Mhm. Der Portal ist von zu Hause direkt da hin. Okay. Da ich sowieso ein voller Mensch bin. Waypoint teleportieren zu Johnny. Flup. So, wo ist dein Portal? Im Haus. Im Haus, okay. Wollen wir da jetzt rein oder so? Nein. Schon mal ein bisschen. Wo? Hier runter muss es. Okay. Da wo Sandi es. Ja, mach ich weiter. So. Alumni-Timer. Komm her. Hast du einen? Ja. Jetzt wie verarschen, Alter. Ich bin sogar schneller. Okay, hier ist es. Ja. Pass auf. Ja. So, jetzt kann ich die scheiß Fies an hier mischen, wenn ich fliege. Sowieso weg. Aber noch nicht rein, ne? Nee. Ach, das war jetzt falsch gesetzt. Okay. So, ich geh wieder hoch. Oh, warte mal. Weg. Ich muss eh noch mal. Nein, hast du meinen Oran? Gib meinen Oran wieder. Gib meinen Oran. Hey, dann mit meinen Oran. Du kannst das auch mit, äh, äh, Juju-Meta machen, ne? Oran. Nein. Doch. Nein, geht nur, wenn du Quack-Tag drin hast. Ah ja, stimmt. Scheiß Quack-Tag. Manchmal ist das gut, manchmal ist das schlecht. Ja. Ja. Das können wir eigentlich später. Ja, das können wir später, weil das brauche ich später. Warum? Eigentlich. Du brauchst gar nichts später. Hallo? Warum das denn? Was willst du Quack-Tag denn? Wir haben diese komischen, äh, boah, diese... IC2-Craft Power Teleporter, ne. Also wie diese, äh, mit... Äh... Du meinst die IC2-Teleporter, sowas? Nein, die haben wir auch so drauf, aber die haben diese, ähm... Blöcke... Boah, verwirren sie noch mal. Ja, labert mich Johnny, sehr ruhig. Denk erst mal. Ja, ich meld mich gleich wieder. Äh... Johnny guckt erst mal. Ich meld dich gleich wieder, wenn du weißt, was du meinst. Blalalalalala, blalalala... Toh, jetzt hab ich voll den Ohrwurm. Düt, 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 düt... Nein, das nicht. Das ist... langweiliger Ohrwurm. Düt, düt, düt. Nein, ich hab doch... Apropos Moke, ich könnte auch mal was hören. Du musst dir eure Stimmen nicht so ertragen. Du stehst ja drauf. Wenn du unsere Stimme hörst. Du stehst drauf, wenn du dich so dicht labern. Du sagst immer, I'm sexy in Dynowit. Irgendens, an Santos, guck, du musst dich mal mit dem Mod Misc Peripherics auseinandersetzen. Da kannst du viel tausend mehr Sachen dran mit Computerkräften machen. Ja? Ja. Wow, weißt du das? Ey, bei mir leckt das grad, ne? Und mit Open Powerful, das kannst du auch noch was machen. Was macht ihr grad? Ich bin nur am abbauen. Ich guck grad in der Mod-Liste. Bei mir leckt das denn nicht grad voll. Ich kann grad nix machen. Ja, warum leckt es bei Dio und bei uns nicht? Weiß er nicht. Frage dich? Fragezeichen? Keine Ahnung. Ich baue nur Sand ab. Ich bin grad in der Mod-Liste. Wie bekloppt er. Abbau'n geht. Aber das wird zerstört. Ja, das ist vor allem lecken bei mir grad. Treib mal fest in. Tschüss, Centros. Ja, bin ich weg? Ja, du bist geleftet. Ja. Also noch bin ich drin. Meine Tessa, ey. Hey, Centros left the game. Ah, ich weiß, was ich jetzt meine. Ich meine Tessa-Lakte. Das gibt's dann auch für IC2. Gibt's auch Test-Matte bei Web-Tech. Schnabel. Ja und? Hä? Mach doch einfach mit dem Producer und sowas. Wandel das doch rein. Ja, das ist aber nicht eins für eins. Das verbraucht ein bisschen was. Jetzt hatte ich den Time-Out. Ja, das hatte ich nämlich auch gehabt. Ich auch. Es war was abgestürzt. Nee. Ja? Ich bin raus. Okay, ich bin noch drinne. Noch? Achso, ne warte, ich kann doch wieder joinen, glaub ich. Äh. Ich guck erst mal mit dem Interface hier. Ich mach das grad schon. Ja und? Sollen wir den Cut machen? Ja, warte doch mal ganz kleinen Moment. Warte mal dran. So. Das war die API. Soll ich, dass ich jetzt gleich auch unterfliege? Das wäre natürlich auch blöd. Ich war doch grad so schön drauf. Also, bei mir wird das schon wieder angezeigt. Nee, jetzt nicht mehr. Nee. Ist mir nichts falsch. Ich glaub der ganze Server ist grad am abscheißen. Nee. Ich komm noch nicht mal auf die Seite rauf. Nee. Ja, warum kann ich denn noch bauen hier? Announcebook Error. Das ist... Würde ich nicht machen, wenn du fändest du deine Items. Okay. Ah, jetzt. Ja, entweder ist mein Internet am abscheißen oder der Server von dem... Oder von dem Ding ist am abscheißen. Aber ich komme auch nicht mehr auf die Homepage drauf. Naja, jetzt ist es dann noch da. Nein, das meine ich noch nicht. Doch, hätte ich noch nicht. Also, der Server läuft noch. Ja, siehst du? Ja, ich glaub das Internet von denen ist grad am Arsch. Wie ich grad sehe, weil es hat doch 10 Jahre gedauert, bis sie auf die Seite können ist. Hm. Homepage. Komisch. So, jetzt kann ich mich auch in der MC-Mail einloggen. Ja, da bin ich schon drin. Guck mal nochmal. Connecting to Server. Ich finde das immer geil, wenn ich ihn nicht aktualisier. Ja. Johnny ist wieder drunter. Ja, Johnny ist wieder drunter. Johnny ist wieder drunter. Naja, logge gehen. Ja, aber bei mir von meiner Sicht aus einen schlechten Ping hast du. Ja, das liegt am Server. Ich kann auch Konsole, wenn ich da drauf klicke. Oh, ich muss ja auch warten. Mann, Mann, Mann. Der hat doch immer tausende Errors. Guck mal in die Konsole rein. Das ist... Das ist... Ähm... Ist halt, steht da wieder... Es kann IC2 sein. IC2 packt sowieso rum. Ist bei mir auch. Lol, was ist das denn? Ich hab jetzt einen Törtblock in den Fressen. Was ist das denn? Guck ich Hilfe! Die ganzen Errors, die hab ich manchmal... Das kommt irgendwie durch die Übersetzung von IC2. Na gut, wir machen einen kurzen Cut und bis gleich.